Hallo, ich bin die Hanna, ich bin eine der Mitgründerinnen und Geschäftsführerinnen von der Vollpension. Wir sind ein Kaffeehaus, sehr einfach gesagt, im vierten Bezirk in der Schleifmüllgasse in der Nähe vom Naschmarkt. Wir haben 2012 mit der ganzen Gaudi gestartet, aus einer einfach depperten Idee heraus, weil wir den Kuchen von der Oma daheim in Salzburg und in der Steiermark vermisst haben. Und daraus ist dann irgendwie so ein Ding geworden, das immer größer geworden ist. Mittlerweile haben wir bei uns 50 Mitarbeiterinnen angestellt, 25 davon sind über 60 Jahre alt. Und das, was wir tun, ist, wir sind Omas öffentliches Wohnzimmer in der Stadt. Wir wollen ein Ort sein, wo Generationen wieder zusammenkommen, wo man miteinander redet, beim Essen kommen die Leute zusammen und wo man einfach auf Augenhöhe und von Herz zu Herz wieder ins Gespräch kommt. Die Leute, also die Seniorinnen, die bei uns beschäftigt sind, sind durchschnittlich 65 Jahre alt, sind Leute, die entweder unterhalb der Armutsgrenze leben oder allein lebend sind. Genau, und das machen wir. So einfach. Applaus 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 Applaus